Was kostet Suchmaschinenoptimierung? Das ist eine der ersten Fragen, die man sich als Homepage-Besitzer immer stellt. Das hängt ganz von Ihrer Homepage und Ihrem Markt ab, ist die Antwort, die Sie bekommen, wenn Sie bei einer seriösen Online-Marketing- oder SEO-Agentur anfragen. Wir alle wissen, dass es wichtig ist, in den Suchergebnissen möglichst weit vorne zu sein und dass man eine Homepage nicht nur haben sollte, um den Platzhalter auf der Visitenkarte zu füllen. In diesem Video soll es nicht um die Frage gehen, warum eine Homepage, die gefunden wird, wichtig ist. In diesem Video geht es um die Frage, warum Sie diese Antwort bekommen, wie man den Wert einer Homepage berechnen kann und warum Suchmaschinenoptimierung eigentlich günstig ist. Um den Wert einer Homepage oder Branche zu bestimmen, möchte ich hier einen Blick auf die Aufteilung der Klicks innerhalb der Google-Suche werfen. Der obere grüne Block sind die AdWords-Anzeigen. Der gelbe Block ist die organische Google-Suche. Im Schnitt landen 35% aller Klicks zu einem Suchbegriff in den AdWords-Anzeigen. Von diesen 35% klicken 15 auf Platz 1, also fast die Hälfte dieser User klickt auf den ersten Platz. In der organischen Google-Suche klicken ca. 31% der User auf den ersten Treffer. Platz 2 bekommt immerhin noch 14%, Platz 3 10% und Platz 4 bekommt im Schnitt gut 7% der Klicks zu einem Suchbegriff. Ab Platz 5 wird es schon deutlich dünner. Trotzdem wird man immer noch Besucher auf die Homepage bekommen, wenn man auf der ersten Seite steht. Allerdings würde es sich deutlich mehr lohnen, unter die ersten drei zu kommen. Der Wert eines Keywords bestimmt sich immer zuerst an dem Suchvolumen eines Suchbegriffes. Ein Keyword mit einem monatlichen Suchvolumen von 10.000 ist natürlich teurer als ein Keyword mit einem Volumen von 100. Aber wie man bei der Aufteilung der Klicks sieht, auch die Platzierung beeinflusst den Wert und letztendlich auch die Anzahl der Besucher auf meiner Website, die sich über meine Produkte und Dienstleistungen informieren. Um an Besucher heranzukommen, habe ich grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Social Media ist sicherlich noch eine weitere, aber in diesem Video möchte ich mich nur mit diesen beiden beschäftigen. Zum einen kann ich eine AdWords-Kampagne einrichten und Google dafür bezahlen, meine Homepage anzuzeigen. Die zweite Möglichkeit ist eine SEO-Kampagne. Ich beginne mit AdWords. Als Beispiel befinde ich mich in der Versicherungsbranche und möchte zu 10 wichtigen Suchbegriffen gefunden werden. Mit einem Tagesbudget von 100 Franken habe ich als Versicherungsmakler monatliche Kosten von 2.500 bis 3.000 Franken. Mein Maximalgebot liegt bei 4.76 Franken. Danach macht es aufgrund meines Budgets keinen Sinn mehr, das Gebot weiter zu erhöhen. Dafür kann ich pro Monat mit 800 bis 1.000 Besuchern oder Klicks auf meiner Homepage rechnen. Mit diesem Betrag habe ich 10 wichtige Keywords in meiner Branche abgedeckt. Wenn ich als Versicherungsmakler nicht unbedingt schweizweit aktiv bin, wird diese Kampagne billiger, wenn ich sie regional begrenze. Der Vorteil an AdWords ist natürlich, dass eine Kampagne schnell eingerichtet ist und die ersten Besucher auf meine Homepage kommen. Der Nachteil liegt auf der Hand, monatliche Kosten. Habe ich etwas mehr Budget zur Verfügung, kann ich noch eine Schippe drauflegen und meine Position hier oben in den AdWords-Anzeigen verbessern. Bei dieser Kampagne liegen meine Kosten bei gut 15.000 Franken im Monat. Dafür erhöhe ich mein Maximalgebot auf 25.34 Franken und mein Tagesbudget liegt bei 550 Franken. Und ich bin weit vorne in den AdWords-Platzierungen. Lustigerweise erhöht diese Kampagne die Anzahl der Klicks lediglich um 300 bis 400 mehr pro Monat. Aber ich wollte mal zeigen, was in diesem Markt los ist und wie man sehr schnell sein Geld unter die Leute bringt. In anderen Märkten oder Branchen sind die Keywords sicher auch billiger, es geht aber auch noch deutlich teurer. Vor allen Dingen, wenn man in die ausländischen Märkte möchte. Ich würde trotzdem sagen, eine Homepage, die mit diesen zehn Suchbegriffen jeweils unter den ersten vier Positionen zu finden ist, würde mir als Versicherungsmakler um die 3.000 bis 12.000 Franken monatliche Werbekosten sparen. Was mich direkt zur zweiten Möglichkeit bringt, die SEO-Kampagne. Und hier komme ich zu dem Punkt, was eine SEO-Kampagne kostet. Wenn Keywords teuer sind, gibt es viel Konkurrenz, weil viele Menschen zu diesen Suchbegriffen gefunden werden möchten. Und das bedeutet Aufwand. Versucht man eine Homepage mit diesen Keywords in der Google-Suche auf die vordersten Plätze zu bringen. Um sie zu verwirren, habe ich hier ein paar Tools aufgelistet, die ich im Fall Sie während der Versicherungsmakler verwenden würde, um das Ranking Ihrer Homepage zu verbessern und danach zu stabilisieren. Wobei es sicher eine sehr schlechte Idee wäre, das komplette Arsenal auf einmal auf die Homepage zu schießen. Die Faktoren Zeit und Timing spielen in jeder SEO-Kampagne eine entscheidende Rolle. Je mehr Zeit man sich nimmt, umso mehr Content benötigt man. Dafür ist die Auswirkung umso größer. Und mit Timing meine ich vor allem die Fähigkeit, Strategien und Tools in Stellung zu bringen und dann kontrolliert einzusetzen. Die Skizze, die Sie hier sehen, ist ein Syndication-Hub. Eine sehr kraftvolle Technik und unersetzlich für alles, was davor und danach kommt. In dieser SEO-Kampagne würden auch Citations, Press-Releases, Backlinks und CD-Traffic zum Einsatz kommen, um ein paar zu nennen. Das Wichtigste ist Punkt 12, nämlich wie erwähnt Zeit. Alle diese Strategien und Tools zu erklären, wird den Rahmen des Videos deutlich sprengen. Im Grunde aber geht es darum, Google zu sagen, wer man ist, was man macht und was immer wichtiger wird, wo man ist. Eine Kampagne für Sie als Versicherungsmakler wird die Ranking verbessern ab 1500 Franken pro Monat mit einer Laufzeit von 12 bis 18 Monaten vorschlagen. Je nach Anzahl der Keywords und Bedarf an On-Page-Optimierung. Wären Sie ein Maler, wäre die Laufzeit auf jeden Fall kürzer und auch die monatlichen Kosten werden geringer. Aber Sie sind nun mal Versicherungsmakler und in der Branche ist der Aufwand deutlich höher, als wären Sie ein Maler. Auf dem Bild sehen Sie noch eine Abfrage eines unserer Projekte. Dieser Homepage ist ein reales Unternehmen, das Kurse verkauft und damit sein Geld verdient. Dieses Unternehmen macht sporadisch kleine Facebook-Kampagnen, das war's. Keine Adwords-Werbung, Inserate oder ähnliches. Trotzdem sind die Kurse immer gut besucht. Ein weiterer Vorteil der Suchmaschinenoptimierung ist, mit einer SEO-Kampagne werden Sie zu deutlich mehr Keywords gefunden, weil man immer erst die schwachen Suchbegriffe belegt und sich dann zu den schwierigen heranarbeitet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, das Video war hilfreich. Falls Sie noch Fragen zu Adwords-Kampagnen, SEO, Online-Marketing oder Social Media haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info at ranking-verbessern.ch wie Sie noch fellowship mit uns mit uns. das Video war hilfreich. das Video war hilfreich. das Video war hilfreich. Vielen Dank.